Wow! Oh, sah mal! Jetzt kommen sie von überall her, gell? Ich mein, glaubt ihr, dass... Ist jetzt... Ja, ist jetzt vielleicht mal bald der Ruder hin! Komm gleich hin, nere! Einen Teil brauchen wir noch. Der Pisser! Ja, wir fahren da rüber. Komm doch, komm doch her! Was ist da los? Und er kommt! Ah, da kommt er! Ja! Jetzt ist aber fertig her. Der Papa hat jetzt keine Lust mehr her. Dauernd muss man die Aliens irgendwie zurechtschießen, ne? Also, äh, jetzt hört's da mal auf, gell? Der Knutsch schon wieder irgendwo. Uuuh! Uuuh! Das kann er auch! Der Penner! Uh, da! Alle Teile für Fernsteuerung gefunden! Setzen sie an der Bank zusammen! Ja, das könnte ich tun! Oh! Boah! Die Antwort auf die Frage ist übrigens nein. Auf welche Frage? Kann man mich noch mehr aufregen als die Viecher? Die Antwort ist, wie gesagt, nein. So! Ihr Pissers! Der war wieder hoch. Das hört sich aber gar nicht gut an. Alter, wo sind die? Ich seh' nichts. Seht ihr was? Ah! So! Ich schätz' endlich mal ne Ruhe dahinne! Ja. Ja. Kommst du her. Kommst du. Komm her. Na, ich brauche irgendeine Kralle. Die ist gut. Ja, ja, ja. Okay, daneben nett. Ja, mei, servus. Ja, herstellen. Danke. Und? Habe ich es jetzt, oder? Hm. Äh, ne, verbessern will ich nichts. Bauen, modifizieren will auch noch nichts. Schätze mal, ich hab's. Ziel erfüllt. Also. Dann schätze ich mal, sollen wir jetzt hier einsteigen. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Das war wohl nichts. Dann treibstoff mehr. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Na dann. Ziehen wir mal los und betanke mal dieses blöde Shuttle. Ja, aktivieren. So. La-di-du, la-di-da. Ah, da rechts. Ja. Macht der Lade auf. Zugang zur Hauptsteuerung. Naja, Hauptsteuerung ist immer gut. Ach, dass man immer so blöde Wartungsarbeiten machen muss. Bei so apokalyptischen Zuständen. Was ist denn jetzt? Und da komme ich doch gerade her. Ah, nee. Da oben ist irgendwie was, was mich kaputt machen würde. Na dann. Komm doch her. Scheint niemand da zu sein. Doch, hier irgendwo ist was. Na, komm her. Und es ist sehr nah. Es ist wirklich sehr nah. Betan, gimme's. Ja, steckte Stöpsel nahe. Oh oh. Wow. Aber sonst geht's dir gut. Na, klasse. Wo sind sie denn? Verzeihung, aber merkt ihr's noch? Ich sollte mich mal schlagen lassen. Wo ist denn das? Danke. Munitions. Oh. Verschwendung. Weihung. Weihung. Hä? Ich will's tanken? Ja, zah. Haha. Kopfschutz. Moment bitte. Moment bitte. Klassischer Nahkampf. Aua. Na klasse. Uppsala. Das wollte ich gerade nicht. Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Nö. Das macht mich voll kirre, dass da was rumschwappelt. Uah. Uah. Aber sonst geht's euch noch gut. So. Haben wir wieder was draus gelernt? Ha? Leg dich nie mit mir an. So. Wollen doch mal sehen. Ah. Da müssen wir noch irgendwie was. Okay. Der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay. Ich versuche den Shuttleantrieb testweise zu finden. Geh in Deckung. Es könnte heiß werden. Äh. Aber sonst geht's dir gut. Mach, 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 mach. Oh, Frauen. Echt. Na toll. Sehr schön. Uah. Verzeihung, darf ich mal? Ja. Wow. Entschuldigung. Au. Ich will da nur mal durch. Darf ich? Ah, heiß, 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 heiß. Hoffentlich war das jetzt richtig. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Uh. Beginne mit Systemcheck. Woa. Okay. Na komm schon, komm schon. Dich meinte ich net. Ha ha. Und so. Ja, ich glaube, ich soll brennen. Wow. Heiß, 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 heiß. Zayong. Oh, Mann. Woo. Ah, heiß, 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 heiß. Nice. Hey, so langsam wird's eng. Das Schleusentor klemmt. Wenn der Shuttle startet, bevor er sich öffnet. Verdammt. Okay, ich seh mir den Antrieb an. Du sehst hier was an? Na, klasse. Kurzer Blick ins Inventar. Ja, ich glaube, ich will meine Medi-Packs wieder. Ja. Ja. Oh, schön, dass du auch mal wieder da bist. Gut, alles klar. Gib mir das. Und das und das und das und das. Und das. Danke. Das war's. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Ich glaube, die wollen mich verarschen. Na klar, runter. Nein, 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 nein. Komm schon. Woo. Knappe Sache. Alter. Will der mich umbringen, oder was? Ex-wein-dennen. Oh, holy shit. Nein, 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 nein